Okay, ähm, jetzt sind wir wieder, sowieso. Hm, ich bin immer noch am überlegen, wo wir hin müssen. Also jetzt mal ganz blöd davon abgesehen, dass wir eigentlich laut Spiel jetzt zum Piraten-Tub gehen und von da schön rummachen sollten. Irgendwas fehlt mir ja. Irgendwas fehlt doch. Irgendwas muss ich ja nur machen. Ich weiß nicht was. Hm. Ja, ich will da rein. Wie finde ich... Na 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 na. Vielleicht finde ich ja hier nochmal irgendetwas, was mir jetzt super nicht sagen kann. Ich meine, ich habe hier relativ... Ähm, relativ gut, habe ich hier schon Sachen gefunden, aber... Ähm, würde ich nicht das erste Mal, dass mir doch irgendetwas entgeht. Wie, toll. Zeit. � Mhhhhhhhhhhhhhhhhhh, das ist ja nicht total... ohohohohohohohohohohohohohohoho부 Das ist so ein riesen Schatz, da komm ich jetzt dran, ist doch schon mal gut. Nieliin! Oh. Das ich wollte noch aus testen, im letzten Video... also nicht im letzten, sondern in irgendeinem dieser Videos hat er mich ja nicht getroffen. Ich wollte mal gucken ob er mich schwirren würde, wenn ich ihn meinen Britzel überstricke und dass er tatsächlich richtig macht. Nimm 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 Njum! Ist'n Vollmobs! Hebschhebsch! Doooolllllllllllllllllllllllllll Ok... War ich hier schon? Wahrscheinlich, ja. Hier ist nichts in der Neagara-Felden. Also muss eigentlich was... Was weiß ich, muss eigentlich ein Wu sein, aber... Hä? Ich weiß nicht, was ich hier mal machen könnte. Lass mir nicht Ruhr... Lass mir keine Ruhr... Lass mir keine Ruhr... Dann hätte ich- Wenn ich Piraten da fertig machen würde... ... Curl, das ganze Spiel wäre gut. Und das will ich ja auch nicht. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Fahr schneller! Das ist doch nicht zum Aushalten zurück. K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k Der war der Boss. Mein Gott, der war so kurz. Das habe ich gar nicht in Erinnerung. Wisst ihr noch, als die Bosse da waren, hat das noch so schön lange gedauert. Hm. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, so einen Teil der Karte, äh, gekauft werden eigentlich auch schon. Aber das hatte ich ja überhaupt kein Glück. Alles okay. Das war großartig. Lass uns weitermachen. Cool. Ich denke, dass wir es jetzt kaputt machen aus irgendeinem Grund oder so. Was ist denn der Käse dann? Käse hier. Käse hier. Okay, ich werde jetzt... Dann, ähm... Ich werde... Mache ich das off-screen? Mache ich das nicht? Ach, Sache ist, ich möchte ja jetzt herausfinden, woran es hat. So, ähm... Ich sag mal so, ich könnte jetzt also die Sache off-screen erledigen. Also zumindest dieses Level hier... Hoppala. Ich störe ein bisschen weg. Äh, ich könnte also das Level off-screen einmal durchspielen, gucken, ob was dann passiert, ob sich da durch neue Wege für mich auftun und so weiter und so fort. Aber... Wenn dem der Fall sein sollte... Dann, äh... Wäre es ja doch, wenn es zu spät wäre, nicht wahr? Also, mal gucken. Ich werde auf alle Fälle hier einen Safestate anhalten. Weil... Wegen... Sowieso... Ich meine, nochmal durchspielen muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh, das ist cool. Ähm... Ja, ich werde... So machen. Ich werde einfach so machen. Ist okay. Oh, scheiße. Ähm... Wenn ich dann durch bin... Hoffe ich... Also, wenn ich das hier einmal durch habe... So... Warte mal, ist da was? Nein? Okay. Ähm... Nein, das wäre so... Ach, das ist unfair. Das ist so... Aber... Ähm... Es gefällt mir mit ziemlich sicher, dass ich das alles vorher erledigen kann. Alles vorher! Hm... 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 Ach, ihr wisst... Was ich werde jetzt... Ähm... Ne... Ne... Ich will nicht nach... Ich gucke jetzt nicht nach. Ich quäle euch weiter. Es muss in Mu sein! Kann doch nicht anders gehen! Hier soll eine Stadt sein, die tief... versunken ist. Das kann ja gut und gerne so sein. Habe ich ja mitgegeben. Hm... 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 Ja... Ich kriege davon... Nein, ich kriege keine Verschmunknahme. Ich... Ich... Ah... Es war ein blödes Gefühl in der Magen gegen das. Sie werden hier alles zeigen, weil ich nicht weiß, wo alles ist so... Ja... 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 Ich zeig mich nicht mehr, ich weiß ja eigentlich nicht wie das... Geht... Jetzt würde ich das da so machen... ... Wenn wir einen Stein hätten, wo wir neu versinken... Da und da wahrscheinlich... Ne... Da gab es nichts... Da ist nichts... Was ist das? Das wird mich töten sehr wahrscheinlich, wenn es nur was nach uns nicht schlecht aussieht, wenn Wasser ist. Wenn ich aufklöte, aber was spielst du nicht hier? Nichts? Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß schon, das hat keinen Sinn, aber ich werde... Ich werde jetzt nicht ewig im Kreis trennen, damit ihr euch langweilt, also ich gucke jetzt mal nach. Und da bin ich wieder, und Hooray, ich bin ein Idiot. Im Grunde, Mu, mit dem Rätsel, W-Lang, supi. Oh man. Einmal hier. Einmal da. Und seht euch das an, was jetzt endlich mal passiert. Heureka! Perfekt. Mann, Mann, Mann. Nein. Ich will mich jetzt einfach nicht. Jetzt hab ich endlich mal die Rätsel. Deshalb geh ich da nicht. Nöööööö. Nö-nö-nönö. Jetzt können wir endlich hier runter. Ah. Endlich. Endlich. Und sogar noch ein versteckter, Schatz. Oh yeah. Na klasse. Das kann ja jetzt dauern. Geh, durch. Geh, durch. Ja. Komm, Mann. Durch. Na, 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 na. Hm. Boah. Weiner durch. Kein Stück der Karte gepumpt. Sehr schön. Hm, 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 hm. Ich hatte eins, wir haben fünf Level, das sind wir und sechs. Hm. Jetzt haben wir vier erst, oder? Oh Gott. Ich bin hier wieder rausgekommen, ich will zu meiner Mama. Das ist doof, ich komme hier nicht mehr raus. Hm. Siehst du vielleicht eine Keime? Nein? Schade. So, und dann hier. Ähm. Wenn wir jetzt noch vier haben, dann spielen in zwei Welten welche. Dann muss ich ja schon überlegen, hatten wir denn, wir hatten denn, eine Kippen müssten wir gehabt haben und wir müssten irgendwelche Planteen gehabt haben. Heißt das, ähm, bei den Piraten? Nee, bei den Piraten hatte ich ja, oh Gott. Oh Gott. Uh, jetzt muss ich nicht... Oh Mann. Jetzt muss ich bei denen bewogen, jetzt muss ich die Dinger abführen. Hm. Hm. Problem. Nummer zwei. Dip, 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 dip. Aber sagen wir es mal so, ich bin froh, dass ich das schon mal hinter mir jetzt habe. Also, mein Gott. Was gibt mir doch eigentlich mal so eine blöde Karte? Naja, also, ja. Okay, wir haben vier Teile der Karte. Okay, ich mache ja einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich... ...Teile der Karte suchen gehe. Bis später.